Hallo! Wie möchtest du? Wie möchtest du mal direkt? Nein, dann werden wir gleich direkt auf, sonst würde ich mich wieder ausschießen in der Truppe. Hallo! Weil wir da mit dem Zubel zwichteln. Zubel zwichteln. Zubel zwichteln. Weil wir da mit dem Zubel zwichteln. Zubel zwichteln. Ja, wir sollen jetzt stimmen. Aber es ist für mich direkt am Weg. Wir müssen da vorbeigehen, dass wir in den VK kommen. Wir sollen ja nichts aufkommen. Direkt am Weg. Das heißt, wir müssen das nicht Zwischenstopp, aber trotzdem direkt. Wir müssen da vorbeigehen, dass wir in den VK kommen. Wir müssen das nicht Zwischenstopp, aber trotzdem direkt. Zwischenstopp ist nur, wenn wir in vier Wände sind. Wenn es warm ist, und kalte Getränke gibt. Also ist das kein Zwischenstopp. Also da gibt es keine kalten Getränke, da ist es warm, da sind wir in drei. Also ist das kein Zwischenstopp. Also ist das kein Zwischenstopp. Also ist das kein Zwischenstopp. Direkt am Weg. Direkt aber in direkt. Wir müssen da vorbeigehen, direkt am Weg. Das ist nur, wenn den Tisch in Stopp, aber trotzdem direkt. Direkt am Weg. Direkt aber in direkt. Wir müssen da vorbeigehen, direkt am Weg. Das ist nur ein Zwischenstopp, aber trotzdem direkt. Zwischenstopp. Hallo! Weil wir damit... Zwischenstopp. 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 Wichtig. Weil wir damit... Zwischenstopp. Zwischenstopp. Direkt gehen ist, wenn wir sich gleich was mitnehmen. Das ist nur ein Zwischenstopp. Und indirekt ist, wenn wir wo Stecken bleiben oder wo reingehen. Das ist nur ein Zwischenstopp. Direkt am Weg. Zwischenstopp ist nur, wenn wir in vier Wänden und keine Getränke geben. Das heißt, wir wissen, das vorbeigeht das mit dem Volk kommen. Weil wir sind jetzt nicht so schwogen... Direkt am Weg. Zwischenstopp. 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 Direkt am Weg. Direkt am Weg. Direkt. Richtig. Wir müssen da vorbeigehen. Direkt am Weg. Es ist noch ein bisschen stoppt, aber trotzdem direkt. Hallo!